Liebe YouTube-Zuschauer, heute für Sie die Freiwillige Feuerwehr in Memmingen. Sie sehen es, ich mache keine Scherze, wie Sie sehen, die Feuerwehr am Rathaus, bitte keinen Schock bekommen. Der Bürgermeister, der lebt noch, nur weil die Feuerwehr, also so rein theoretisch, also ist alles in grüner Butter und dadurch kann man auch sagen, am Rathaus ist Sie sehen, ich mache keine Scherze, weil, da steht es, Sie sind jetzt in Memmingen, da am Rathaus, Sie haben es gesehen, aber ist alles noch im grünen Bereich. Wie Sie sehen, heute ist was geboten, es brennt aber nicht, Sie machen nur eine Übung, sehen Sie das? Das ist so die, genau, die Leiter. In diesem Sinne, ich tschau euch sehr herzlich, wir sehen uns, bis zum nächsten Video. Servus!